So Leute, kleines Infovideo, ich habe es endlich geschafft. Ihr seht, Level 100 jetzt endlich erreicht, war ein langer, 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 nerviger Weg am Ende. Weil das Problem ist jetzt selber, auf einmal werden die Level so, so lang. Jetzt haben wir quasi nur noch 125 Level vor uns, aber jetzt können wir uns auf jeden Fall ein bisschen entspannter angehen. Gut, schauen wir mal, weil ich will natürlich jetzt auch alles freischalten. Jeden Skin auf Gold, hast du nicht gesehen. Deshalb, eigentlich geht die Reise nur jetzt weiter, aber der erste Meilenstein ist quasi erreicht, Level 100, ohne eine Stufe zu kaufen. Und ja, wie ihr seht, es ist möglich, ohne sich irgendwas zu kaufen. Wenn ihr natürlich Hilfe braucht, guckt natürlich in meinen Videos nach, unterschreibt unter irgendeinem Video irgendeine Frage. Ich sehe die Fragen sowieso, weil ich von allen Videos die Kommentare sehe. Und in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Montag, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt Dienstag, weil die meisten werden jetzt schon mal scheinlich Richtung Bett sein. Und nochmal danke für den ganzen Support. Wenn man sich den Kanal anguckt, er wächst ganz, 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 ganz langsam, aber stetig. Erstmal danke nochmal an alle. Und in dem Sinne, ich verabschiede mich jetzt erstmal für heute. Fortnite erstmal, auf jeden Fall mal bis morgen nach der Arbeit, gar kein Bock mehr. Also in dem Sinne, haut herein.